Halliherlöchen Leute, Willkommen zu diesem neuen Video. Heute testen wir die Guardian Blinkstar Batterie von Helios Feuerwerk aus dem Aldi Süd, also ich habe es aus dem BGU-Paket. 64 Schuss, 30 Sekunden Brennlauf, 35 Meter Effekte, 14 Millimeter Kaliber, kleine Zerlegerbatterie, bis zu 200 Gramm NEM, schauen wir mal nach, ja 196, das passt ja soweit schon mal. Bin ich mal gespannt, was dieses kleine Gerät uns so liefern kann. Viel Spaß. Guardian Geiles Ding. Geiles Ding. Untertitelung des ZDF, 2020